Schuhe aus, das ist sein Fußbehaben. So weiß? Hat ja eigentlich ein rotes Frikakulor an. Das hast du ja nur, wie hoch hat es nicht. Okay, im dritten Kampf, ob der unser größtes Kämpfer, der gerade nicht mal dazu unterleitet ist, sei in Deutschland. In Form oder in Armatur eines Rituriers. Rituriers, Pulpikonus. Er könnte zu Deutsch auch Füchs sein. Gegen einen Kämpfer, der schon sehr lange bei uns dabei ist, gekämpft als Provokator. Pumelus. Pumelus! Ja, ich bin wieder! Mann, 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 Mann! Stopp! Ich bin wieder vor, oder? Nein, ich bin wieder zu Gott. Kom Mal,ян, Mann! Kom, Elon! Das war's. 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 Das war's.